ja die sollen ja irgendwie angeblich selten sein aber ich glaube ich nicht so dann auch gerade nicht ungemein gestorben leckte du stirbst ja ja naja egal kaffeebohnen ich habe kein volles inventar nur mit materialien okay allerdings hat man ja und grabstein da hängt was an den bäumen das möchte ich glaube dass du denn alles anpflanzen können die drei sachen die ich vorher gewundert konnte unseren riesenfeld anpflanzen hat sich 20 dinge ja wir bauen jetzt gar viel platz lecker avocados macht das ich mach das grad schon größer eine fand maschig also ich brauche 12 also platz für ding noch das ist auch nervig erstmal musst du ja erstmal weg machen dass du auch die hau nutzen kannst 14 15 16 plätze reichen ok ja was schon das passt schon da ist mir die avocados weg naschen hier aber nicht alle aber ich nasche grad vom baum weg weil du kannst ja irgendwie den musik direkt abschlagen und kannst dich darüber für den ding abschlagen ja bei den früchten ist das so wenn die reif sind dann glänzen wir so und dann kannst du dir auch abbeernten mit rechtsklick daumen zu lange sich damit hier ganz ganz hinten machen wir das sind mal größer einfach eine avocade nicht ich muss jetzt zurück ihr habt noch zwei plätze okay ich kann irgendwas mitnehmen vielleicht auch normales vielleicht doch dieses andere weg hier wieder meine hau und die hau ist das schon kaputt gegangen ging ja schnell der fack ja viel zu schnell naja jetzt ist ja langsam dunkel ich bekomme langsam hunger ich sollte mal zurück solltest du kann ich nicht das langsam ich habe noch sachen gefunden kohl scheiß auf die steine kohl scheiß aufs holz ja das ist generell erstmal scheiß geil hauptsache essen hauptsache wir haben wirklich was zu essen spinat lecker spinat lecker spinat für dich ich hab nur noch einen ich dachte schon avocados spinat ist doch lecker so eine avocado habe ich nicht mehr das ist hauptsache tomaten ja da müssen wir gucken wie das funktioniert und paprika warum weil wenn du die normal hinsetzt wachsen die nicht äh und reißendes wasser toll dafür brauchst du diese rankenstangen bonen so jetzt deckt sich mittlerweile bei mir alles weil ich alles genug dabei habe ich gucke aber gerade schon mal wie die dann gehen das sollten die aber eben schon gewesen sein bambus dann wollen wir mal schauen die sollte man aus bambus machen können wenn das die sind mal gucken ob man die hinstellen kann ja das sollte funktionieren ja ich bin jetzt immer unterwegs ist dort wie viele tomaten hast du drei drei ich hab auch noch paprika ich hab noch ein bisschen mehr eingesetzt gehabt hier komm zack noch ein kürbis hinterher in den dingen muss ich jetzt da lassen ist zurück ja du kannst auch zurückkürbis da machen und dann ja hab ich schon acht stück ich weiß auch gerade nicht wo ich nach hinten wo ich nach hause muss da ist es okay alles rein erst mal wieder 10.000 das ist wieder so langsam boah ich seh dich ich seh dich hinter dir hallo hallo lass mich schnell schnell ich brauche ich was zu essen weg da weg da da oh mein gott nach hause würdest du mir bekommen jetzt pass auf mhm war das nicht wow ich war mal unterwegs ne ja klar oh Junge jetzt wollte ich aber was zu essen ey heilige mutter maria gottes hab ich da eben rohes fleisch da noch gehabt ne da unten ist auch noch was drin ja kein ich hab kaum noch leben komm noch ähm die egal ich kann ja schon was anbauen dann ne ne ja mhm zuchinis können auf jeden fall im boden muskatsis das sind die bohnen die können wir am rand jetzt hier läragis das können 정 Matthew die tomaten ich Thing sie ach nee das sind normale tomaden es gibt es auch noch andere tomate okay die kann man so pflanzen ja wann ich crois gerade ich glaube ich sollte die monster von bisschen laut aber gestehen wenn sie ins leben generiert haben wir noch ein oxy da oben habe ich was dann so so gucken wo die bäume stehen auf so riesen fette baumplantage dann machen würde ich sagen ach was ich habe ziels bekommen am rand tue ich jetzt gleich die man nicht so groß ich brauche mich so an dass ich kaputt gegangen schon wieder halten nicht lange das ist hier diese das gras was hier drauf ist ja das mit der ho ab ernten dann kriegst du nämlich sieht es daraus komisch die beere kann ich essen so dass das alles wachsen das ist normales wie das ist ja das meine ich gerade das ist ja das was ich bekomme in der menge sind ich will nicht den habe ich darauf gesegnet das ist alles auch gleich noch sie links doch noch nicht gleich die knochen da ab für baum ab für und auch sep link können wir gleich ab für bäume machen langsam läuft das doch wir müssen mit essen und bauen mir er zieht hat mir noch von tomaten aber wir hatten ja noch tomaten die die zieht es machen kannst oder hast du die schon gemacht habe ich gerade schon angebaut den ersten habe ich jetzt gerade gepusht den ersten weizensamen einer woche noch alles weg so apfel ab für bäume bernbaum da kommt zombie ich glaube das waren kippe oder also nicht und exportiert so kommt mal her oder 1 2 3 4 Zack 1, 2, 3, 4 Zack Da noch hin 1, 2, 3, 4 Ja, ist egal, jetzt mach ich mal BAM BAM Kannst du explodieren? Ach, Quatsch Bildest du dir nur ein? Ja Lügt doch nicht Komm her Chestnuts sind Kastanien Ja, irgendwas war das Weiß ich mehr So, machen wir noch einen Baum Da raus Da Voll Boah, Zombie-Gewenken Ein bisschen blöd 1, 2, 3, 4 Ach Gibt natürlich Erde an der Stelle Wirklich Zombie, geh weg Ich weiß, du bist schnarrtig, wenn ich Hunger habe Geh weg Der ist wirklich schnarrtig AHHHHH Wie so ein Mädchen Den hab ich hinter mir gar nicht gesehen Ich spring rückwärts oder BAM Mh, ist auch irgendwie so Toll, sie sind aber meine ganzen Sachen auch so Verdammt, also du hörst die nicht Du merkst das erst, wenn die explodiert sind Ich mach den Zorn noch lauter Hm Der ist einfach 100% fertig Vor allem durchs Schrein bist du ganz schön leise geworden Ach Quatsch Laber nicht, Stoß 1, 4 Doch nicht 1, 2, 3 Stoß, laberst du es noch mal Shale-Fossil, was kann man damit noch? Oh, Baumil, das ist nice Baumil brauchen wir immer Nein So Oh, einmal gewachsen 1, 2, 3, 4 Ich bin hier weg Zack Beefjerk Hier geblieben, Skelett Komm her Autsch Ein Knochen habe ich bei mir Einen Das ist nicht viel immer Jetzt habe ich drei Baumil Cool, wir gehen da hinten noch Dein Grabstein hängt Ja, lass mal Erstmal weg damit Äh Waren die jetzt da? Das ist nicht so schlimm, dass da ist irgendwo So, Bone Meal Was pfeffern wir denn hoch? So, da haben wir grüne Äpfel drin Nur liegen Hm? Was pfeffern wir denn hoch? Müssen es mal reif werden Das ist eine dumme Spinne Okay, Tomaten Ja Oh, ich glaube man sollte Zaun machen Ein paar frische Tomaten Lecker Alles fressen, erst mal Ich habe Hunger gehabt Bevor ich mir jetzt Zucchini Salat mache Oder so, ne Eine Ewigkeit Aber ich brauche noch Du leidst mal sterben wieder Nach, scheinst du auf Nicht sterben Ja Ich will jetzt überleben Brauchst du noch nicht Wir sind live in the woods Hier noch ein bisschen suchen, okay Suche noch ein bisschen mehr Seeds Ich habe Bock drauf Das ist voll geil Ich fahre, gehe gleich wieder Ich habe immer noch die Angel bei mir Ja, tu die mal wieder in die Käste Wenn du nicht angelst Quatsch mit Soße, mein Freund Quatsch mit Soße Bisschen, du bist Quatsch mit Soße Oh, Quatsch mit Soße Mit Vanillesoße Was ist das jetzt geil wäre? Mixte nicht so viel da rein Nein, was ist das jetzt richtig geil wäre? So ein richtig warmer Schokoladenmus Vanillesoße Mh, ist klar flech Boah, hättest du da nicht auch jetzt Bock drauf? Naja, weiß nicht So Weg damit Ist das Lavendel? Also Lavendel kann man eigentlich immer was machen Toll So zwei Äpfelbäume Habe ich mich schon Hühnchen Komm mal Eins, zwei, drei Vier, fünf Aber hier sind keine Äpfel Man will's mich verraschen Apfelbaum im Baum wächst Aber da sind keine Äpfel dran Vielleicht dauert das auch noch Bei dem wird auch wieder nicht angezeigt Und wenn du den aber erntest Ich weiß nicht Ich ernte den sowieso gerade wieder ab Weil Ich glaube ich mach die Dass die ein bisschen weiter auseinander stehen So komm ich unterwegs kriege ich schon wieder so ein Garden Ding Mh Ich bin richtig glück Speedouts da drin Oh, was ist da oben auch ein Baum? Bienenstock? Die kannst du irgendwie so auseinander nehmen Brauchte man nicht da immer irgendwas anderes für Dass die mal was rauskriegt Ja, aber es ist ja nicht der Mod dafür Ja, danke